Willkommen Leute zum neuen Video von uns und dieses mal schon Clash of Clans 7. Lädt wieder so ewig, ah das ist so übertrieben, aber egal. Gleich mal angreifen hätte ich gesagt und dann sehen wir mal. Ja, dann können wir doch schaffen, oder? Ja, der ist ungefähr so gut wie hier. Der Miniwerfer ist kaputt, das wäre gut. Können wir nochmal angreifen. Oh, das hat jetzt sehr viel Schaden gemacht. Das waren so ein bisschen Bomber, aber oben noch. Ah, die ist überletzt. Ah, da sieht man die Bogenschütze fast gar nicht hinter dem Turm. Ja, da haben wir ja viele O-Bot. Wir haben zwar nicht gewonnen, jetzt eine Niederlage, aber wir haben trotzdem relativ viel Elixir im Gold der O-Bot. Wir haben ja wieder gucken gemacht. El. Was machst du denn da? Ich bin trocken aus. Nein, ich bin fünf El noch. Jetzt da aber. Äh, Clan-Bock mal aufbauen, oder? Ja, können wir jetzt beginnen. Ja. Ja. So, Clan. Mal gucken. Ja, da waren wir schon. 40.000. Ja, geh einfach mal in diesen Exklusion da. Sieht ziemlich gut aus. Ja, oder wir erstellen gleich einen mit unserem anderen Account. Und dann könnt ihr da auch in den Clan reinkommen. Ja, genau. Das machen wir jetzt mal kurz. So, wartet kurz. Wir holen noch unser anderes Tablet. Weil, ähm, mit dem grönen wir deine Clan, weil da haben wir den anderen Account drauf. Unseren guten. Und dann können die den noch, wir zeigen ihn noch nicht. Wir zeigen ihn erst im 10. Pfad. So, ja. Auch hier lädt es erst noch. Ja. Also, du kannst ja mal was zu den Clans erklären erst mal. Ja, bei den Clans, da, äh, kann man Anfragen machen, dass man Truppen bekommt. Und, äh, da kann man auch halt gute Truppen schon am Anfang bekommen. Kommt halt darauf an, wie man sie jetzt aufbessert. Umso mehr passen da rein. Und da, in dem Clan, wenn es genügend Leute sind, also mindestens 10, kann man einen Clankrieg machen. Und da kann man zweimal angreifen, halt gewisse Gegner. Und, äh, da, äh, kann man halt dann auch viel Beute bekommen und alles. So, dann... Machen wir so. Okay, er ist offen für alle. Kriegshäufigkeit legen wir wenig fest. Clanregion. So, gleich haben wir es. Ähm... So, Germany. Okay. So, warte mal. Zeig mal Clan kurz lang. So, jetzt sind wir hier bei dir. Wer den Clan will, einfach das eingeben, was wir jetzt hier eingeben. Ihr könnt pausieren, wenn ihr wollt. Ja. Na. Fail. Und wenn ihr das eingebt, findet ihr den Clan eigentlich sofort. Ist da nur einer da, dann seid ihr schon drin. Ja. Wolfman YouTube. Beitreten. Ja, und jetzt haben wir hier auch den Clan Tread. Können wir jetzt auch was reinschreiben. Na, warte mal. Ich hab ne Idee. Wir fordern hier jetzt mal Truppen an. Genau. Und dann... Müsste hier jetzt... Ja. Hier ist was aufgetaucht. Und dann können wir jetzt ein bisschen was spenden. So. Seht ihr jetzt schon? Wir haben ja jetzt was erhalten. Hm? Ja. Haben wir jetzt zwei Magier geschickt und zwei Barbaren. Also Barbaren sind schon auf Level 5. Die kann man dann mit dem Labor aufbessern. Und Magier haben wir jetzt halt schon Level 4. Und dann werdet ihr dann aber noch alles sehen. Genau. Hier seht ihr jetzt auch schon diese Animation, wie die Truppen laufen. Und die Clan Burg. Das sind jetzt unsere Truppen, die wir hier geschickt haben. Und die Clan Burg. Bei der Clan Burg ist die Besonderheit, die Truppen können verteidigen, aber du kannst auch mit angreifen. Einmal benutzen ist sie natürlich weg, aber dann ist wieder gut. Da. Okay. Hier sieht man jetzt. Ähm. Ich hab als Ältester und Anführer vom Clan, hab uns jetzt gleich mal zum Vizeanführer gemacht. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne unserem Clan beitreten. Hier baut die Clan Burg auf, auch noch Schenke. Ja. Und dann können wir euch ja auch ein paar gute Truppen schicken. Oder ihr, wenn ihr schon besser seid, könnt unseren schlechten Account dann natürlich auch Truppen schicken. Und dann werdet ihr dann auch alle mal in den Videos gezeigt nach und nach. Also das war's von dem Part, würde ich sagen. Heute mal den Clan erklärt. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Ja. Und Ciao. Ciao. Ciao.